Mit der Henley Library App können Sie kopieren Ihre individuell annotierten Notenseiten oder der im Layout veränderte Notenseiten auf Papier ausdrucken. Und Sie können die digitalen Noten mit Ihren Freunden oder Schülern als PDF-Dateien teilen. Ich zeige Ihnen gerne, wie es geht. Wenn Sie Noten auf Papier ausdrucken wollen, gehen Sie zunächst in das Menü, indem Sie auf die Mitte des Notenbildschirms tippen. Tippen Sie das Symbol oben rechts an. Dann tippen Sie auf das Drucker-Symbol. Falls Sie ein größeres Werk wie eine mehrsätzige Sonate ausdrucken wollen, kann es am besten sein, wenn Sie die Sätze einzeln ausdrucken. Drucken wir das wunderschöne Andante aus Bachs italienischem Konzert aus. Das Tablet zuckt unmittelbar über das WLAN nach einem geeigneten Drucker. Der Drucker muss angeschaltet sein, damit die Software Ihren Auftrag ausführen kann, sonst bricht der Druckvorgang ab. Wollten Sie Seiten vom Druck ausschließen, so können Sie jetzt durch Fingertippen auf dem blauen Kreis jede Seite auch separat grau stellen, also vom Druck ausschließen. Oben können Sie nun angeben, wie viele Kopien Sie ausdrucken wollen, von 1 bis 99. Abhängig von Ihrem Drucker könnte es noch weitere Optionen wie beidseitiges Drucken, schwarz-weiß oder Farben geben. Jede ausgedruckte Seite wird unten links zur Identifikation mit der entsprechend gültigen Copyright-Angabe und der E-Mail-Adresse des Ausdruckenden versehen. Die Druckqualität ist ausreichend, entspricht aber absichtsvoll bei weitem nicht einer originalen Handy-Druckausgabe. Teilen wir diese Auswahl als PDF-Datei, halten Sie zwei Finger auf die Vorschau-Seite Ihres iPad und bewegen nun die beiden Finger auseinander, um das Bild gewissermaßen aufzuziehen. Damit stehen Ihnen sofort die zum Export definierten Seiten als PDF bereit. Durch Wischen nach unten oder tippen auf eine Seite. Im rechten Außenrand können Sie sich alle PDF-Seiten ansehen. Anschließend müssen Sie nun im oberen Bildrahmen auf das blaue Teilen-Symbol tippen. Nun öffnet sich eine Auswahl von Funktionen und Programmen, die die PDF-Datei übernehmen können. Wählen Sie entsprechend Ihre Wünsche aus und der Vorgang ist abgeschlossen. Die vielen Features, um Ihre Noten zu teilen, wurden geschaffen, um Ihre Arbeit als Musiker zu erleichtern. Wir hoffen, Sie werden sie benutzen und genießen. Viel Spaß beim Üben! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020